Wir, ewig undurchsichtig, sind die ewigen Gesetze der menschlichen Wirtschaft. Ach, Schwedl, ach, unser Geschäft ist blutig. Wir sind 70.000 Arbeiter in den länderschen Fleischstablinien und wir können keinen Tag mehr mit so kleinen Löhnen weiterleben. Wir! Weil es keinen Sinn für das Höheveramt, darum seid ihr alle. Verwüstet ist der Markt und überschwemmt von Waren. Ich bin Inspektor in der Fabrik und es ist für die Fabrik sehr unangenehm, dass der Platz an ihrer Maschine leer geblieben ist. Den meisten Leuten ist er zu gefährlich. Tut diese weg! Vor es morgen wird, werden wir von diesen Höhen hier aufbrechen und ihre Stanzikörper reichen bei Morgengraus. Das Schwein schnaftet sich selbst! Jetzt! Vielen Dank!